Hallo an alle und willkommen zurück zu Warframe und heute schauen wir uns mal an, wie wir den neuen Warframe, die neue Waffe, Darkath und ähm, wie heißt die andere? Dogglave oder so irgendwie? Ich weiß gerade den genauen Namen nicht, aber das sehen wir gleich, wie wir die bekommen können. Ähm, die sind nämlich in einem Update am 18. Oktober getroppt. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne das Video von mir gestern anschauen, wo wir uns mal angeschaut haben, was das Update so bringt. Und, ähm, was das Update gebracht hat, ist wie gesagt der neue Warframe, die neue Waffe dazu und ähm, ja, die Sachen können wir im Clan-Dojo bauen, weil im Clan-Dojo gibt's einen neuen Raum. Und das heißt, wenn ihr den Warframe, die neue Waffe haben wollt, braucht ihr erstmal natürlich ein Clan-Dojo, ähm, müsst ihr einem Clan beitreten, ähm, ich bin hier jetzt zum Beispiel bei dem Clan hier, könnt ihr einfach mal in den Chat fragen, ob es Leute gibt, die noch Leute für den Clan suchen, ähm, da findet man auf jeden Fall immer welche. Und wenn ihr schon mal im Clan seid, dann braucht ihr es natürlich nicht, sondern ihr könnt einfach zu eurem Clan-Dojo, und da gibt es jetzt einen neuen Raum, der heißt, äh, Dagarth Hollow, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Den muss, der Clan muss mal bauen, äh, mein Clan, in dem ich gerade drin bin, war so krass, dass er einfach am 18. Oktober, als das Update getroppt wurde, einfach schon, äh, gefühlt keine Stunde später schon gebaut wurde. Und mit Platin gerusht, also richtig, richtig krass. Und wir sehen hier, Dagarth's Krypta heißt der Raum, hier auf Deutsch anscheinend. Und wenn wir da hingehen, dann sehen wir hier, sind wir hier in dem Raum, der richtig, finde ich, richtig, richtig cool aussieht. Also wenn man hier so reinkommt, richtig, richtig geil. Ähm, und wenn wir hier vorne sind, sehen wir dann, dass wir, ja, die Teile für neuen Warframe, Dagarth und die Dorklave, hab ich richtig ausgesprochen, nice, ähm, äh, kaufen können. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal zusammen alles. Kostet 15.000, die Blaupause, äh, 15.000, dann auch Neurop, äh, Chassis, NeuropTik, up, und Systeme auch. Dann haben wir die Dorklave, die kostet wahrscheinlich auch 15, ähm, Mastery Rank, 8 braucht ihr dafür. Ja, okay, wusste ich jetzt auch nicht. Auch gut zu wissen. Okay, das müssen wir kaufen alles. Sehen wir hier denn schon, wie wir die bauen müssen? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal, wir brauchen jetzt einfach von jedem Teil 1, hoffe ich zumindest mal. Nicht von, nicht, dass wir irgendwie noch 2 brauchen. Dann müsste ich da nochmal reingehen hier. Aber genau, jetzt haben wir alles einmal durchgekauft, das heißt, wir können hier aus dem schicken Raum auch schon wieder rausgehen und das Dojo verlassen. Und auf unseren Orbiter gehen und da zur Schmiede. Und da schauen wir mal, wo wir den Warframe und die Waffe finden. Und da schauen wir uns mal an, was wir denn für, ja, die Waffe und die Warframe brauchen. Ähm, schauen wir uns mal zur Waffe kurz. Äh, da bin ich vorbei. Hier, Dorklave, genau. Das sehen wir, wir brauchen zum Glück von jedem nur 1, sehr gut. Dorklave dauert 12 Stunden, wenn wir die ganzen Teile haben. Und die ganzen Teile finden wir wahrscheinlich nicht bei Modular, bei verschiedenen, bei verschiedenen. Genau, perfekt. Und wie wir hier sehen, brauchen wir für die, ähm, Teile. Und wenn wir auch mal zum Warframe gehen, zu Dagarth bei D, brauchen wir auch für die ganzen Teile, ähm, Edeldornen. Oder auf Englisch heißen die Wainthorns. Ähm, für den Warframe brauchen wir insgesamt 102 Wainthorns. Mann, schweres Wort, Edeldornen. Genau. Und wie wir die farmen, das schauen wir uns mal jetzt gemeinsam an. Da brauchen wir nämlich ein Syndikat. Egal, was für eins. Ähm, und wir müssen bei dem Syndikat, ähm, ich hab jetzt hier grad zum Beispiel Steel Meridian ausgewählt, müssen wir Rang 2 sein. Ich bin jetzt grad aktuell schon Rang 5, ähm, ihr müsst aber Rang 2 sein. Und dann können wir uns für 5000 Standing können wir uns hier das, ähm, Abyssal Beacons auf Englisch oder Abyssalis Signal auf Deutsch kaufen. Und das kaufen wir mal. Und das eröffnet uns eine, ja, Mission auf Ceres. Eine Exterminate Mission. Und zwar, nicht irgendeine Exterminate Mission, sondern ein bestimmte. Und zwar eine, ähm, ja, Abyssalis Zone auf Deutsch. Abyssalis Zone wahrscheinlich auf Englisch. Ähm, ist eine Auslöschungsmission, wo wir aber noch was, ja, die einen kleinen Twist hat. Also keine normale Exterminate. Und, ähm, genau, wir gehen da mal zusammen rein. Ähm, wie gesagt, wenn ihr die, ähm, starten wollt, müsst ihr eben für die 5000 Standing bei euren Syndikaten, die, ja, das Signal, den Beacon kaufen. Und jedes Mal, wenn ihr da reingeht, müsst ihr einen neuen kaufen, wenn ich's richtig verstanden hab. Wenn ihr aber in eine Lobby reingeht, also mit Kumpels oder so, mit Freunden, wenn ihr eine, ähm, Lobby seid, die, ihr, ja, die schon fest ist, bevor ihr in die Mission reingeht, dann verbraucht ihr nur ein Beacon von demjenigen, der die Lobby sozusagen aufgemacht hat. Aber genau, wir gehen hier alleine rein. Und wir müssen jetzt, ähm, Orokin, ein Orokin Defixio sozusagen suchen. Ähm, das zeig ich euch gleich oder sehen wir gleich mal zusammen, wie das funktioniert. Und das müssen wir dann, dieses Defixio müssen wir dann zum Ausgang bringen. Okay, y'all. Genau, wurde hier jetzt schon schön beschrieben. Wir müssen's, sozusagen, die Leute hier finden, ähm, dann das Defixio suchen. Und, ähm, ja, das Defixio müssen wir dann zum Ausgang bringen. Ähm, und jede Person in dem Squad, wenn man also zu mehr spielt, muss ein Defixio zum Ausgang bringen. Also, wenn ihr zu viert seid, muss auch jeder von den vier Spielern ein Defixio bringen. Beziehungsweise, am Ende müsst ihr vier haben. Also, eine Person kann auch, ähm, zwei Defixio bringen und die eine dann dafür zum Beispiel nichts. Genau. Das funktioniert auch. Ähm, aber es ist nicht so einfach, die Defixios zum Ausgang zu bringen. Denn die Defixios haben sowas wie die Dragon Keys. Ähm, ja, geben euch einen schlechten Effekt, wenn man so will. So, wir haben jetzt hier den Probekandidaten oder Probekandidatin. Und jetzt müssen wir hier in diesem Bereich nach diesem Defixio suchen und ich vermute mal, dass es hier auf der anderen Seite irgendwo ist. Das macht eigentlich auch einen Sound, einen Ton genau. Hier ist der Ton perfekt in dem gelben Bereich. Und das nehmen wir jetzt mal schön auf. Aber wir können auch eigentlich erstmal noch die Gegner wegmachen. Wobei, äh, wir versuchen's mal so. So, wir nehmen das Defixio. Deine Energie nimmt stetig ab. Ist es hier die, ja, das was, was das Defixio mit uns macht. Und am Ende, wenn wir das rausbekommen haben, dann bekommen wir, ja, eben die, diese Veinthorns. Ähm, je mehr, äh, je mehr, ne. Was würde ich sagen? Ich glaube, es sind so sechs oder acht. Ich weiß gar nicht genau die genauen Zahlen. Aber wir können auch die Mission theoretisch im Steel Path spielen. Und da bekommen wir dann, ähm, am Ende mehr Veinthorns raus. Also es gibt so drei Zahlen. Ist, lass, ich, lass mich lügen, sind vielleicht vier, sechs und acht können wir rausbekommen. Und, äh, im Steel Path sind dann sechs, acht und zehn. Ich glaube, es ist nicht, es sind keine geraden Zahlen. Irgendwas ist mit elf und so bei Steel Path, wenn ich das richtig gelesen hab. Also es macht, äh, theoretisch mehr Sinn, das im Steel Path zu spielen, weil ihr dann am Ende mehr rausbekommt. Aber natürlich ist die Mission auch um einiges schwieriger. Vor allem, wenn ihr hier die, äh, ja, den Einfluss hier von den, äh, Defixios habt. Die, wie jetzt hier in dem Fall bei uns zum Beispiel, ähm, ja, machen, dass die Energie einfach langsam nachnimmt, nach, nachlässt. Und da gibt es ganz viele, ähm, Effekte, die ihr dadurch bekommen könnt. Und wir versuchen hier jetzt einfach weiterzugehen. Ich muss vermutlich gleich mal eine Energieplatte runtersetzen, weil wir unseren Messmaskin gleich aktivieren, wieder aktualisieren sollten. Wäre zumindest nicht schlecht. Und hier sind es überall noch andere. Also hier könnten wir theoretisch nochmal ein neues Defixio suchen, wenn, äh, ja, wenn man das so will. Wenn man das andere zum Beispiel nicht gefunden hat, weil die zum Teil auch echt versteckt sein können. Oh, hello. Okay, ich platziere mal kurz eine Platte, nicht funktioniert, jawohl, perfekt. Und wir gehen hier jetzt einfach weiter durch und hoffen mal, dass wir hier noch ein paar Gegner finden, weil 165 müssen wir noch, äh, müssen wir insgesamt. Und wir sind jetzt bei 100. Also dauert noch alles ein bisschen. So. Kommen wir hier oben durch oder müssen wir, müssen wir die Tür einmal hier hacken? Perfekt, machen wir das einmal hier. Nehmen wir kurz den Dechiffrierer einfach, komm, warum nicht? Und gehen wir hier weiter. Heavy Unit Approaching, okay, müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube, wenn wir den Defixio aufnehmen, kommen auch mehr Eximus, ähm, Gegner, wie wir hier jetzt sehen. Ich weiß nicht, ob es dann, ob irgendwann nur noch, ähm, Eximus spawnen oder ob das nur, ob die einfach nur vermehrt sind. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber wir haben es jetzt zum Glück auch bald schon geschafft. Was sehr, sehr cool ist, leider hätten wir gerade genug Energie gehabt, aber hab zu spät geschalten. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht down gehen. So, noch zwei Gegner. Hier ist noch einer. Den nehmen wir doch schnell mit. Und dann brauchen wir nochmal irgendwo einen. Zum Beispiel den hier, perfekt. Haben wir das geschafft. Und müssen das Defixios hier noch zur Extraction bringen. Und sind hier draußen, perfekt. Sehr, sehr cool. Und wir haben jetzt hier acht Edeldornen bekommen, was sehr, sehr cool ist. Und ich kann mal kurz raus tappen und hier auf die Mission drauf gehen. Ah genau, hier steht es sogar schon. Also wir bekommen sechs, sieben oder acht Vainthorns. Wenn wir die normale Mission beenden oder im Steel Path, bekommen wir dann acht, elf oder zwölf. Und wir haben jetzt einfach schon acht, äh, hallo? So, geht nicht. Jetzt, danke. Wir haben jetzt einfach schon acht bekommen. Also das Maximale, was wir rausbekommen hätten können. Für eine Mission. Ja, in der, im normalen Modus, wenn man so will. Vielleicht können wir es irgendwann auch noch im Steel Path versuchen. Aber ich denke, dass ich wahrscheinlich erstmal, ähm, ja. Äh, im normalen Modus das machen werde ich, glaube ich, einfach am entspannendsten. Und jetzt, ähm, ja. Wenn wir hier sehen, ist unser, ähm, Signal weg. Und wir müssen das nochmal kaufen, um dann die Mission eben nochmal spielen zu können. Also wir brauchen ein bisschen Standing, auf jeden Fall, um die Signale immer wieder kaufen zu können. Aber das kann man sich ja nach und nach anfahren. Genau, ich hoffe, ähm, euch hat das Video heute gefallen. Das kleine informative Video und auch ein bisschen zusammen ausprobieren, schauen, wie es funktioniert. War auf jeden Fall für mich auch sehr interessant. Jetzt weiß ich auch mehr Bescheid, wie es funktioniert. Und ihr hoffentlich auch. Ich werde mir auf jeden Fall natürlich in den nächsten Tagen die Vayne Thorns natürlich. Und damit auch die Waffe und den Warframe farmen. Bin sehr gespannt schon drauf, wie das sie spielen lässt. Und auch die Waffe auch. Ähm, ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Und was ihr von dem Warframe haltet. Ob ihr den vielleicht sogar schon habt und, ähm, die Waffe natürlich auch. Wird mich sehr interessieren, was da eure Meinung dazu ist. Ähm, ja. Aber für heute war es das erstmal wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, haut rein und ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020